Moinsen Jungs und Mädels und herzlich Willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Xeon. Ja, nachdem das eine Ende durch ist, schauen wir uns heute mal an, was passiert, wenn wir uns den Ashtangiten auf Remus anschließen. Die Heisenberg ist doch da, oder? Die Heisenberg fliegt weg, wo ist die Mendeleev? Die ist da. Heisenberg, bitte hier zurück. Ja, ansonsten haben wir gar nicht viel zu tun, würde ich vermuten. So, wir akzeptieren also das Angebot der Ashtangiten einfach. Wir werden uns an den Planeten Remus anpassen und uns der astangitischen Gemeinschaft anschließen. Ashtangitischen. Ja, machen wir. So, das dauert jetzt noch einen Zyklus. Mal schauen, was dann passiert. Ich bin gespannt. Das andere Ende war so, also die Abschlusssequenz war so ein bisschen im Vergleich zur Introsequenz nicht ganz so cool, nicht so aufwendig einfach hat sich das angefühlt. Aber, ja, war in Ordnung im Prinzip. So, wir haben die Signale der drei Ashtangiten-Tempel im Ilia-System erhalten. Nun können wir die Tempel mit unseren Sonden orten. Das Team der Heisenberg wird verschiedene Ashtangiten-Siedlungen besuchen und mehr über ihre Technologie lernen. Agora hat angeboten, dass sie dabei von einigen ihrer besten Forscher begleitet werden. Cool, machen wir. Ja, wo sollen wir hin? Wollten wir uns nicht die markieren, die Tempel? Ach so, das dauert noch ein bisschen. Scheinbar. Wir haben aber Forschungspunkte und diese Forschungspunkte werde ich natürlich investieren in unsere Frachtschiffe. Und so, externe Befestigung, Post-Lunaklismus und so weiter und so fort. Das wird passen. Müssen wir in dem Szenario jetzt auch wie verrückt Batterien bauen? Wenn ja, könnte ich ja damit schon mal anfangen, ne? Ach, ich muss sie selber finden jetzt, die Tempel. Oh, nee. So, ist ja irgendeiner noch dichter dran. So, fliegen wir erstmal dorthin. Die Mendeleev ist bei Romulus. Ja, aber die, guck mal, die schicken wir einfach hier nach Palatin rüber, schon mal. Von Dauers ist nicht so weit. Für Silizium 29 nur, das ist natürlich ein bisschen wenig jetzt. Wollen wir einfach schon mal Batterien bauen? Dann müssen wir halt diesen Sektor hier wieder online bringen. So, von Sektor 4 nach Sektor 5. 50 Besatzung bitte. Äh, brauchen wir die vielleicht nicht unbedingt. Die brauchen wir. Und dann bauen wir da aber, glaube ich, dieses Mal einfach kleine Batterien hin. Ups, ja, das kann passieren. So, wie weit sind wir denn hier? So, die Sonden sind unterwegs. Wir versuchen hier alles irgendwie... Wunderbar. So, die Mendeleev kann dann gleich mal hier hin. Zum Tempel des Verdienstes. So, und dann sagen wir einfach Sektor 5. Ihr braucht natürlich auch einen Bauhof, ganz klar. Hier haben wir schon die nächste Technologie freigeschaltet. Ja, und dann nehmen wir kleine Batterien. Die laden dann halt schneller. Oh, kleine Batterien wird aber schwieriger, ne? Ja, wird schon gehen. Wir versuchen hier einfach alles voll zu ballern. Mit kleinen Batterien, so gut wie das halt gerade geht. Aber wir bräuchten hier irgendwie eine Straße dazwischen. Wo ziehen wir die ein? Wir könnten hier komplett zumachen. Das wäre aber irgendwie nicht ganz so sinnvoll. Also, wir müssen da schon Platz für eine Straße lassen. Leider. Ja, die muss einmal hier lang laufen. Und dann hier können wir dann alles einfach... Ja doch, da müssen wir eine hier reinziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt eine rein. Und dann können wir da alles voller Batterien bauen. Wir erhöhen euch mal das Limit. Für Regierungen aufs Maximum. Fast. Ja. 5, 6, 7, 8. was doch nicht ganz gefüllt hier so wie ich dachte so dann bauen wir da noch straßen und dann gucken wir mal hier können wir auch noch kleine batterien auf jeden fall reinballern dann verteilen wir das einfach so ein bisschen diese bauaufgaben fühlen hier so diese ganzen kleinen ach soja farm brauchen wir jetzt nicht mehr so wie machen wir das hier ja hier wird es ein bisschen schwierig ach nee das sieht blöd aus bringt uns auch nicht viel also dann können hier batterien rein 1 2 3 ziehen wir hier eine straße rein 1 2 3 ja mehr passt nicht erschreckend wenig was da noch passt so wir erhöhen euch auch so ein bisschen das legierungs limit also hier haben wir gar keinen platz mehr was wir aber gleich mal machen werden ist hier diese ganzen dinge die wir nicht brauchen abzuschalten zumindest die cryonik zentren brauchen wir nicht mehr ist ja gerade ausgefallen bin ich auch kein fan von hier könnten wir echt noch viele batterien reinballern aber da kriegen wir auch keine straßen mehr dazwischen die können wir doch hier einfach so so ungefähr ja hier können wir dann zur not auch noch ein bisschen ausbauen ja wir lassen das mal so laufen die astangitische technologie ist stark von ihrem terrestrischen erbe beeinflusst beinhaltet aber oft eine form der genetischen manipulationen ochsen werden zum düngen ihrer felder eingesetzt ihre schwänze sind zum flügen angepasst an bäumen wachsen früchte von beachtlicher größe und ihre rinde dient als nahrung für andere riesige blattlausartige kreaturen astangitengebäude bestehen aus behaunen steinblöcken und einem pilz der die struktur im laufe der zeit formt und verstärkt ihre wissenschaftler machten uns auf die wachvögel aufmerksam die als ausguck fungieren und per ultraschall kommunizieren wir haben einen detaillierten bericht über das mit uns geteilte wissen angefertigt ok cool verlasse remus so noch eine sonde haben wir gar nicht zur verfügung sehr schön schauen wir mal was hier abgeht in so einem tempel wir haben den tempel des verdienstes gefunden der sich so manifestiert hat dass unsere sensoren ihn orten konnten das gebäude sendet schwache elektromagnetische signale aus die kaum wahrnehmbar sind der tempel scheint verlassen wird aber noch mit energie versorgt hier spricht das team der meneläf wir haben am tempel des verdienstes angedockt an einer der tempelwände befindet sich eine inschrift in mehreren sprachen hier schließen wir die illusion des verdienstes ein dieses in logik gehüllte hirngespinst war nie mehr als ein werkzeug für jene die ihr leben mit mehr macht als alle anderen begonnen haben der verdienst ist ein verdrehtes spiegelbild das urteilt ohne den ursprung zu verstehen diese illusion verwechselt die erklärung mit der ausrede und verhindert so das erreichen der wahrheit wir folgten den anweisungen der astangiten und haben einen der drei bauplanteile für das biotechnologiezentrum gefunden hier befinden sich opfergaben und botschaften derer die vom verdienst abgelassen und das gleichgewicht gefunden haben erforsche und untersuche den tempel die räume des tempels sind groß und mit gegenständen aller art und größe gefüllt es wird einige zeit in anspruch nehmen bis das team der meneläf alles untersucht hat ähm ne wir holen das fragment und verlassen den tempel direkt oder das team wird das bauplanteil für den bau des astangitischen biotechnologiezentrums holen und den tempel verlassen wir wissen ja die piranese wird hier irgendwann aufschlagen weg so die heisenberg kann jetzt hier gleich mal losfliegen da müssen wir mal eine sonde losschicken die frage ist natürlich wohin nach ganz hier hin nach dort dann tun wir das so dann kann der meneläf schon mal hier sich ach so warte da gibt es noch was ah weg das team hat das fragment geholt und ist an bord der meneläf ok danke musst du jetzt zurück zur tycoon ne ne die kann hier bestimmt gleich weiter fliegen so wir haben hier unsere frachtschiffe schon wieder verbessert weil dann das ja noch hinten dran die miniaturisierung dann sind wir mit denen durch das ging aber schnell äh da tempel des freien willens unsere sensoren haben den astangitischen tempel des freien willens lokalisiert das gebäude seine schwache elektromagnetische signale aus die kaum wahrnehmbar sind trotz seines baufälligen zustands wird der tempel noch mit energie versorgt hier spricht das team der heisenberg wir haben am tempel des freien willens angedockt im innenhof befindet sich eine inschrift in mehreren sprachen hier schließen wir die illusion des freien willens ein dieses fiktive narrativ hindert uns daran zu sehen was wir sind und was wir tun können es gibt keine wahl denn die beweggründe die uns eine wahl treffen lassen existieren bereits vor der wahl ok wir folgten den anweisungen der astangiten und fanden den raum in dem einer der drei bauplanteile für das biotechnologiezentrum aufbewahrt wird der tempel enthält viele gegenstände und zeugnisse von erfreuten menschen die vom freien willen befreit wurden also wir holen das ding und verschwinden da wieder so und dann müssen wir uns mal kümmern dass wir hier noch so ein bisschen ressourcen finden vielleicht was brauchen wir denn geh mal weg eisen gibt es noch ein bisschen silizium ist glaube ich knapp ne silizium ist hier aber auch im ganzen sektor mangelware oh warte hier wo war es hier das ist aber schon ein bisschen weiter weg aber gut ja da müssen wir halt dort hin ach und da müssen wir das forschungszentrum ja auch noch irgendwo bauen ne wir haben jetzt natürlich gar nicht diesen ganzen stress hier romulus zu erkunden beziehungsweise wohnen bewohnbar zu machen ja wir auch nicht das team hat das fragment geholt und ist an bord der heisenberg sehr gut äh muss die heisenberg jetzt einmal zurück zur tycoon möglicherweise so wir schauen mal hier drüben administrator alles bestätigt die traurige wahrheit die piranese ist uns ins ilia system gefolgt administrator i am not dead yet i will feed on your beautiful community i will build my rebirth are you ready for your simulation die hält sich auch für deutlich witziger als sie ist ja so wir brauchen eisen unmengen davon hier wird es noch ein bisschen geben nach so weit weg alles ja wir müssen irgendwie wirklich das hier drüben nehmen äh dichter dran gibt es leider nichts hm ich bin ein bisschen unbegeistert so die heisenberg können wir nach äh vulkanus fliegen lassen ein bisschen punkte einsammeln äh die mendeleev kann hier zum tempel fliegen ja dann geht es gut äh was ist mit unserer rumpfintegrität los moment mehr stimmt doch was nicht nicht genug legierungen wo sind denn unsere legierungen äh leute ach die legierungen werden alle fünf baumoment die werden alle für den bau benutzt gerade es ist schlecht okay das nicht gut Wir müssen die also nach und nach freigeben. Okay, vielleicht war es doch nicht so clever, das auf so viele Sektoren zu verteilen. Wir haben ja eigentlich genug Legierungen, wir kommen gerade nur nicht damit hinterher scheinbar, die sinnvoll zu verteilen. So, ich hoffe, das haut jetzt hin. Dann schauen wir mal in die Forschung rein. Können wir hier bei der Außenbordschleuse noch ein bisschen Baugeschwindigkeit, könnten wir machen. Hier, Reparaturgeschwindigkeit. Die werden wir machen und dann hängen wir die Baugeschwindigkeit einfach hinten ran. Explodieren wir jetzt? Nein! Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Der Rumpf der Takuna hat eine kritische Schwelle erreicht. Laut den Nihei-Prognosemodellen führt es zu einem allgemeinen strukturellen Zusammenbruch, einem totalen Druckabfall in allen Sektoren und zum Tod der Besatzung mit Ausnahme derjenigen, die die Notfallkryokapseln erreichen konnten. Die Kryonik zögert nur das Unvermeidliche hier hinaus. Okay, gut. Ich werde mal kurz laden und dann gucken wir mal, ob wir das hier retten können. So, ich habe jetzt die Batterien hier alle erstmal pausiert auf jeden Fall. Also ich habe die wieder angelegt. Ganz so viele habe ich hier jetzt erstmal nicht angelegt, aber die, die da sind, sind pausiert, damit erstmal der Rohstofftransfer über die Bühne gehen kann. Und dann schauen wir mal, ob das dann ein bisschen besser funktioniert. Ich hoffe. Also was haben wir denn hier? Haben wir die Tempel des Verdienstes? Wunderbar. Fragment holen, Tempel verlassen. Ja, wunderbar. Wir müssen verlassen. Man kann die Heisenberg hier nämlich schon mal sich auf den Weg machen, wie gesagt. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Sonde, die uns hier drüben... Oh, du kannst gleich ein bisschen Silizium mitholen. Ne, brauchen wir eigentlich... Also da hinten brauchen wir es nicht, ne? So. Und dann hoffe ich, dass das jetzt alles ein bisschen geregelter abläuft. Und, dass die Ressourcen da sinnvoll verteilt werden. So, das Ding haben wir. Dann kann die Mendeleev direkt nach da drüben fliegen. So, was haben wir denn hier noch? Plasma-Schneider. Für mehr Reparatur? Ja, gerne. Hängen wir einfach direkt hinten dran. Ach, die verkleinerten Komponenten müssten erstmal hinten dran, ne? Ja. Dann machen wir erst die. Damit unsere Schiffe halt ein bisschen, ob die Marder transportieren können. So, wir holen das Fragment, verlassen den Tempel. Und dann wird uns gleich wieder die Piranesi auf den Sack gehen, befürchte ich. Ne, die müsste auch jetzt ungefähr kommen. So, aber erstmal haben wir Sonden. Hier drüben Eisen und so weiter und so fort. Das nehmen wir mit. So, dann gucken wir mal, wie ist denn... 24, na gut, kann passieren. Ja, Strom habe ich hier schon abgeschaltet, bei einigen Gebäuden auf jeden Fall. Wir lagern hier ein, das ist okay. Und dann fangen wir mal an, hier... Einzelne... ...der Batterien bauen zu lassen. Hm? Hm? Das schaffen wir. So, der Tempel des freien Willens. Ja, die Möglichkeit einmal zur Tycoon zurück bitte. Und jetzt nochmal ein Request hier irgendwo in Sektor 1 wieder. Hier unten, ein Recycling Move. Administrator. Ich bin nicht tot. Nein. Ich werde dich verfolgen. Ja, das wissen wir. Haben wir mitbekommen. Die Mendeleev ist da oben angekommen. Wir brauchen hier das Silizium. Befürchte ich. Das könnte wichtig werden. So, der Rumpf wird repariert überall ausreichend. Sehr schön. Aber wir gehen mal zur Reparaturgeschwindigkeit dann aus dem Bordschleuse. Plasma Schneider hätte ich gerne. Ja, nein. Das war falsch. Hier wollte ich hin. Wir wollten gucken, wie es um unsere Batterien steht. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Also, apropos, dann gehen die uns nicht aus. Wir müssen halt hier wirklich gucken, dass wir genügend Ressourcen überall übrig behalten. Hier wird echt gar nichts weiter gebaut, ne? Ach, die Raffinerien kann ich vielleicht sogar anlassen. Die kleinen Batterien laden ja schneller und außerdem werden die halt alle nacheinander gebaut. So, dass das hoffentlich zu weniger Problemen führt. Hier oben wollten wir noch ein paar Batterien hinbauen, habe ich gehört. Also, das gehört dann mit dem Imp cadre. Und das geht dann mit dem Bord-Bord. Also, ich würde mich noch nicht sagen, mit dem Bord. Und jetzt haben wir auch schon mal. Das ist gut, wir haben jetzt leider einen Bord-Bord. Und jetzt auch nicht. Jetzt kommt das hin. Jetzt kommt das hin. Dann sehen wir einfach nicht. Oh, das wird's auch wirklich gut. Jetzt kommt das hier. Und dann geht das hin. Jetzt kommt das hin, dich. Jetzt ist das hin. Jetzt wird's halt geint Insurance. Das istray weiter. Ich sehe mich falsch. So, Sektor 2 darf dann auch ein bisschen mehr Regierungen haben. Ja, und dann würde ich aber sagen, den Tempel des gesunden Menschenverstands gucken wir uns noch an. Und dann machen wir Schluss für heute. Unsere Sonde hat den ashtangitischen Tempel des gesunden Menschenverständes gefunden, der sich so manifestiert hat, dass wir ihn orten konnten. Er sendet schwache elektromagnetische Signale aus und scheint trotz seiner Neigung noch mit Energie versorgt zu werden. Hier spricht das Team der Mendeleev. Wir haben am Tempel des gesunden Menschenverstandes angedockt und sofort eine Inschrift in verschiedenen Sprachen gefunden, die sich um eine Tempelsäule windelt. Hier schließen wir die Illusion des gesunden Menschenverstands ein. Eine moralische Gewohnheit, deren Ursprünge sich in der Dunkelheit der Köpfe verliert, die sie ausüben. Die Wissenschaft hat wiederholt gezeigt, wie kontraintuitiv die Realität ist. Wir müssen den gesunden Menschenverstand abschaffen, sodass nur Empathie und Pragmatismus in ihrer reinsten Form zurückbleiben, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Wir haben den Raum gefunden, in dem sich einer der drei Bauplanteile für das Biotechnologiezentrum befindet. In den Räumen befinden sich Gegenstände und Zeugnisse derer, die des gesunden Menschenverstands und seiner Voreingenommenheit gewahr wurden. Okay, holen wir ab. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir hoffentlich nicht schon wieder explodieren, sondern mal gucken, wie das hier ist, wenn wir uns den Ashtangiten auf Remus anschließen. Macht's gut und bis dann. Ciao.